Nun folgen die Holstenhallen-Events. SHZ Wissensimpulse, Menschenkenntnis, erwartet die Besucher am 21. April in den Holstenhallen. Die Welt der Pferde ist vom 24. bis 26. April mit der Nordpferd zu Gast in den Holstenhallen. Und am 25. April können die Freunde guter Musik das Jubiläumskonzert des Shantikor Paloma im Festsaal der Stadthalle genießen.